Ich habe ja vor einem Jahr hier angefangen und als ich mit Enrico bei Zarki aufhörte, da hat mich das sehr begeistert, weil ich kann das ja eigentlich nur aus Filmen. Und da das in der Realität auch funktioniert, hat mich positiv überrascht. Was mich auch sehr begeistert hat, waren die Technik von Jet Kando. Was am Anfang sehr schwer ist, all aussieht, dass es wirkliche Möglichkeiten relativ einfach. Man hat eine geringere Reaktionszeit. Am Training eines solches finde ich sehr gut, dass die Altersspanne sehr groß ist, dass man sich trotzdem gepflegt und erhalten kann. Alle verstehen sich super.